Ab dem 15. Mai 2014 ist diese hier angebotene Zweizimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die Etagenwohnung liegt in Schwerin. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Einbauküche. Bei einer Wohnfläche von ca. 45 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 377 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis zum nächsten Mal.